Hallo liebe Freunde, hier ist wieder euer Shinigami und ja, hier sind wir wieder bei Wolf Team. Ja, wir gehen jetzt auf Schlachtfeld Deutsch Süd. Das habe ich festgestellt, dass da manchmal, also, dass da sehr oft anständige Leute sind. Ah, jetzt hat er es geladen. Ah, Smoke Granite ist abgelaufen. Da kann ich gerade mal bei den Geschenken gucken, ob ich noch eine habe. Ach ja, hier, die Glückskisten, die wollte ich mir noch aufheben fürs Let's Play. Die nehme ich jetzt mal hier an. Die auch. Gehe ich auch an. Ja, geht schon an. Die Wolfs Münzen, ja, ganz wichtig. Damit werde ich mir irgendwann auch nochmal was kaufen. Hier haben wir zum Beispiel auch eine Smoke Granite. Da unten haben wir noch eine. Geräuschdetektor hier und noch eine ganze Menge, ach ne, noch eine ganze Menge andere. Und die werde ich auch Stück für Stück jetzt verbrauchen. Ach ne, Rudel, das brauche ich nicht. Und, ach ja, falls einer meiner Zuschauer in einem hier auch Wolf-Team spielt und vielleicht ein Rudel hat, ich habe nichts dagegen, in eurem Rudel einzutreten. Es sollte dann eben nur, ähm, ja, sollte dann ein durchschnittliches, äh, sein und nicht, ähm, ja, so ein total Larifari, wo keine Ahnung ist, oder, ähm, ja, es sollte eigentlich ganz normales sein. Dann benutze ich den Kram erst. Ach, ich habe die vom letzten Mal noch nicht eingelöst. Achso, benutzen, ja. Ähm, ja, durch dieses, ähm, Glückskistenspiel vorher, also vorm Spielen immer, da kommt dann so, du kannst ja alle zwei Minuten so eine Schatztrube aufmachen. Ja, Glückskisten sind ja das hier. Ähm, na, mal sehen, was ich kriege. Du hast ja die Jackpotbox geöffnet und die folgenden Gegenstand erhalten. Ähm, A-K-E-I-S, also A-K-E-I-S, 74U-A-W, für sieben Tage. Sieht auf jeden Fall schon mal hübsch aus. Ja, cool. Ähm, ja, dadurch habe ich eben eine Menge, äh, Geld bekommen. So, jetzt probiere ich es noch einmal. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwelchen Wolfskram, weil, naja, ich soll es nicht zu laut sagen. Ach, Jackpotbox, äh, USF 40 für einen Tag. Das sieht doch schon mal schön aus. Äh, scheint eine gute Pistole zu sein. Ja, was machen wir denn jetzt? Ähm, was hästen wir gerade die Pistole ein? Nein, das mache ich privat. Nein, nein, überhaupt nicht. Ähm, da mache ich mir dann selbst ein kleines Spiel auf und dann spiele ich nur mit Pistole. Nur mit Pistole. Ja, und dann... Ach, nee, nee. Ach, hier ist ja gar nichts los. Und wohl. Deathmatch. Äh, das ist immer blöd. Die laufen als Wolf und der König der die ganze Zeit über. Also geht es dann doch ins Deutschland-Ost. Ins Aussi-Land. Nichts gegen die Aussis, aber Aussi-Land. Ach, auch mit Wolf. Ich mag das nicht mehr, mit der Wolf. Icehold. Dann denke ich mal... Fange ich hier an. Obwohl das recht schwer ist. Ich glaube doch nicht. Ähm... Oh, Mann. Ähm... Ähm... Ah, nee, Sturm auf die Pistole. Das ist nur Wolf. Ai, ai, ai. Vielleicht schneide ich dann einfach aus. Das hier sieht doch gut aus. Das sieht doch gut aus. Okay, die spielen schon. Dann fange ich auch mal an. Also, jetzt bin ich hier wieder im Spiel. Ähm... Ja, jetzt muss ich gucken, wie ich hier ein bisschen überlebe. Wo meine Gegner sind. Ich hab jetzt... Ich glaub, ich hab gestern nicht gespielt. Stimmt, ich hab gestern nicht gespielt. Da war ich gar nicht unterwegs. Dann guck ich mal, wie das hier läuft. Und ich hab festgestellt, dass ich mit der Pistole eigentlich sehr gut bin. Oh, hier ist es. Ähm, ja, ich bin mit der Pistole nicht, ähm, perfekt. Aber ich bin relativ gut. Red Team ist jetzt gewinnen. Da kommt einer. Da ist eine Granate geflogen. Nein, ich hab mich genau erwischt. Direkt beim ersten Treffer. Ähm... Nicht so viel. Aber das wird schon. Das wird schon. Sekunde. Ja, der hier ist ein bisschen falsch gepolt gerade. Irgendwie. Also manchmal ist es so, dass hier Gegner drin sind, die mir den roten Arm binden. Aber da oben hat einer was abgekommen. Wow, oh shit. Okay, da... ...sollte ich besser aufpassen. Ähm... Ich glaub, ich geh wirklich hier und lang. Ähm, das spart einem vielleicht ein bisschen Ärger. Um die Ecke da unten. Naja, unten. Naja. Achso. Ey, da komm ich da nicht drauf. Na, jetzt geht's doch. Doppel-Kombo. Doppel-Kombo. Oh, Doppel-Kombo. 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 Kacke. Auch eine? Naja. Zumindest hab ich einen getroffen. Zwar mit 6 Treffern, aber... Ja, das ist mir eine Falle. Red Team ist jetzt gewinnen. Okay. Aha. Baby Wolf. Aber das wollen wir nur, weil er schon angeschlagen war. Kacke. Verdammt, ich hab den nur einmal getroffen. Normal war ich besser. Also das letzte Mal, als ich gespielt habe, war ich besser. Hätte ich vielleicht kurz aufnehmen sollen. Naja, geht zu spät. Kacke. Nein, der hat mich noch... Verdammter Hacker. Oh, jetzt hab ich die Ozi genommen. Den muss mal einer da hinten rausholen. Kannst ja mal so probieren. Den scheint's ehrlich zu haben. Red Team ist jetzt gewinnen. Verflucht. Der hat mich echt sechsmal getroffen. Das gibt's nicht. Und das nächste Mal hab ich ihn. Jetzt steht schon 7 zu 7. Das ist echt peinlich mittlerweile. Ähm... Aha. Er erwischt. Ja. Ja, die ist jetzt gewinnen. Headshot. 3 Kombos. Elite Wolf. Oh, ich hab sogar noch ne Granate, ey. Leute, das ist cool. Sneak Attack. 5 Kombos. Monster Wolf. Hey, die Ecke kenne ich ja noch gar nicht. Auf jeden Fall ist sie praktisch. Red Team is now winning. Wenn jetzt hier einer kommen würde. Was aber keiner tut. Headshot. Oh, nein, verdammt. Ja, der King ist kaputt. Und wie ihr seht, bin ich mit 15 zu 8 ganz schön nah an dem 20 zu 12 äh führenden Moment. Oh, oh. Baby Wolf. Da war sicher einer. Verflucht, verflucht, verflucht. Irgendwie treffe ich die nicht wirklich. Ich weiß gar nicht, warum. 16 zu 9. Da muss ich mich langsam ranhalten, damit ich die alle kriege. Aber. Es könnte sein. Nein. Shit, Granate. Aber ich hab die da oben garantiert getroffen. Okay. 17 zu 10. Wow. Shit. Wo. Wo kommen die alle her? Okay. 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 Okay.